Um die richtigen Geräte und die richtige Anwendung geht es im heutigen Home-Tipp. Nutt, was haben wir hier für die Locken alles bereit? Einer ist die Carmen Curler, weil das empfehle ich den Leuten, die feine Haare haben und Volumen wollen. Das ist ziemlich einfach zum Handhaben, es braucht ein wenig Übung, aber es geht. Die verbrennen auch die Haare nicht, weil sie eine Samenbeschichtung haben und es geht schnell. Und die Leute können auch nicht mehr sagen, ich bin nicht geeignet zum Haar machen. Sieht nach einem grossen und teuren Gerät aus? Es geht, nicht unbedingt. Es gibt auch hier verschiedene und die kosten etwa zwischen 100 und 150 Fr. Besser bekannt sind vielleicht die nächsten zwei Geräte, die man ja auch locker machen kann damit. Wie ist das hier? Fast jede Frau in einem Haushalt hat die Männer mittlerweile Streckhisen zu Hause. Gut ist natürlich qualitativ ein gutes Suchen, das Keramikbeschichtung hat, für das Haar ein bisschen schonender ist. Da muss man einfach ein wenig ausprobieren. Für kurze Jahre super geeignet, wenn man auch Wellen machen will. Und natürlich gerade machen sowieso. Und den Lockenstab kennt man auch gut. Gibt es in ganz verschiedenen Grössen? Ich habe mittlerweile Strombetriebe, früher noch in den Ofen hineingehept. Ich empfehle einfach eine mittlere Grösse, weil es kann man so gut auch Volumen reinbringen, wie auch Locken. Das grosse Lockenstab ist einfach wirklich nur für Volumen geeignet. Und unbedingt aufhören, bevor es auch bei den Haaren brutzeln beginnt. Ja, auf jeden Fall. 10 Sekunden mehr nicht. Auf Wiedersehen. Ja, auf jeden Fall! Untertitelung des ZDF, 2020